Das inmitten des holzverarbeitenden Unternehmens Binderholz gelegene Feuerwerk ist nicht nur eines der modernsten und wirtschaftlichsten Biomasse-Heizkraftwerke Europas, sondern auch die Event-, Kultur- und Gastronomielokalität im Tiroler Zillertal. Durch seine beispielgebende Effizienz ist es zum einen eine architektonische Besonderheit mit modernster Technik, um Produkte in Form von Wärme, Strom und Pellets zu erzeugen und zum anderen ein Kulturraum mit einem kontinuierlichen Kulturprogramm in Form von Konzerten, Lesungen, Seminaren und Ausstellungen. Holz mit allen Sinnen erfahren die Besucher auf ihrem Rundgang durch das Biomasse-Heizkraftwerk. Mittels Audio- und Video-Guide, angeboten in sechs Sprachen, wird Wissenswertes über die Geschichte des Holzes, Ökologie und Nachhaltigkeit in der Energiegewinnung aus Biomasse und die Funktionsweise des Kraftwerks vermittelt. Das Feuerwerk präsentiert sich auch als außergewöhnliche Event-Location. Die Veranstaltungsräumlichkeiten in 16 Meter Höhe gemeinsam mit dem Kulinarikum sichtbar erlauben einzigartige Ausblicke auf die Zillertaler Bergwelt. Die beeindruckende Architektur und das Wohlfühlambiente inmitten hochqualitativer Naturmaterialien überzeugen bei Seminaren, Veranstaltungen oder Produktpräsentationen. Tagen unter dem Zirbenhimmel verspricht anregende kreative Stunden kombiniert mit höchster Servicequalität eines engagierten Mitarbeiterteams.